Du studierst Germanistik in Göttingen und willst ein Referat über einen mittelalterlichen Text halten? Oder du stehst vor deiner ersten Hausarbeit in der germanistischen Medievistik und weißt nicht, womit du anfangen sollst? Dann bist du hier richtig. In diesem Video erklären wir von der Mittelalter-Germanistik dir, warum der beste Startpunkt für eine literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung in der germanistischen Medievistik oft ein Blick ins Lexikon ist. Ein einschlägiges Lexikon und eines unserer wichtigsten Nachschlagewerke in der Altgermanistik ist das Verfasserlexikon, dessen kompletter Titel lautet die deutsche Literatur des Mittelalters Verfasserlexikon. Dieses Lexikon erschien in der ersten Auflage schon in den 30er bis 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Seit den späten 70er Jahren wurde es von der zweiten, vollständig überarbeiteten Auflage abgelöst, mit der wir heute arbeiten. Außerdem liegt es auch in einer nochmal aktualisierten digitalen Variante vor. Das Verfasserlexikon umfasst Artikel zu AutorInnen und Werken des deutschsprachigen Kulturraums im Mittelalter. Verzeichnet werden allerdings nicht nur deutschsprachige Texte und VerfasserInnen, sondern auch mittelniederländische Texte, die in den nieder- und hochdeutschen Sprachraum hineingewirkt haben. Außerdem findest du darin lateinische Werke, die die deutschsprachige Literaturproduktion beeinflusst haben. Nicht alles, was im Verfasserlexikon verzeichnet wird, ist dabei im engeren Sinne literarischer Natur. Es gibt auch Einträge zu theologischen, philosophischen, historischen, juristischen, medizinischen und naturkundlichen Texten, die für das Verständnis der zeitgenössischen Literatur wichtig sind. Neben Artikeln zu einzelnen VerfasserInnen und Texten gibt es zusätzliche Einträge, etwa zu bekannten Sammelhandschriften. Die Artikel sind in mehreren Bänden alphabetisch geordnet verzeichnet. Die alphabetische Zuordnung orientiert sich bei VerfasserInnen meist am Rufnamen. Konrad von Würzburg findest du also zum Beispiel unter dem Buchstaben K. Beinamen, die Herkunftsangaben wie zum Beispiel von der Vogelweide sind oder Statusbezeichnungen wie Bruder, Meister oder Kaiser, werden nicht alphabetisch berücksichtigt. Einige VerfasserInnen haben aber auch einen festen Familiennamen. Konrad Fleck zum Beispiel findest du darum unter dem Buchstaben F. Die Mehrzahl der mittelalterlichen Texte ist allerdings anonym überliefert. Um diese Werke im Verfasserlexikon zu finden, ist der Anfangsbuchstabe des Titels ausschlaggebend. Damit ist natürlich nicht der, die oder das gemeint, sondern das erste Wort mit Wiedererkennungswert. Den Eintrag zum Nibelungenlied findest du also im Band mit dem Buchstaben N. Wie der Titel des Verfasserlexikons verrät, bilden die VerfasserInnen als historische Personen einen Gegenstand dieses Nachschlagewerks. Es wird versucht, trotz der dünnen Quellenlage Wissen über diese Personen zu rekonstruieren. Das geht beispielsweise mit Urkunden, mit textinternen Angaben oder mit Andeutungen in anderen Werken. In den Artikeln werden, wenn möglich, Fragen dazu beantwortet, wer die Person war, welchem Stand sie angehörte, wann sie gelebt hat und wo und für wen sie tätig war. Vor allem wichtig ist aber, welche Texte der Person zuzuordnen sind. Darauf liegt der Schwerpunkt des Lexikons. Es werden Inhalt, Überlieferung und Rezeption von Texten vorgestellt. Die ersten Bände der zweiten Auflage des Verfasserlexikons erschienen allerdings schon vor über 40 Jahren. Darum verzeichnet das Lexikon nicht immer die neueste Forschungsliteratur. Es geht aber zum Glück auch aktueller. Über die VerfasserDatenbank, die du über einen Universitätszugang online kostenlos nutzen kannst. Darin findest du die Artikel des Verfasserlexikons in digitaler Form. Diese werden regelmäßig um Nachträge und neue Literaturangaben ergänzt. Außerdem greift die Datenbank nicht nur auf das Verfasserlexikon zurück, sondern es sind auch andere Nachschlagewerke integriert. Das heißt, die VerfasserDatenbank ist sogar für deine Beschäftigung mit neuerer deutscher Literatur sehr hilfreich, denn es gibt zum Beispiel auch Einträge aus dem Keli-Literaturlexikon. Damit du Routine im Umgang mit dem Verfasserlexikon entwickeln kannst, empfehlen wir dir aber sehr, das Lexikon erst einmal in unserer Seminarbibliothek aufzusuchen. Die Online-Version ist zwar praktisch, aber nicht so eindrucksvoll wie das geballte Wissen in 14 schweren Bänden. Die solltest du unbedingt mal in der Hand gehabt haben, um ein Gefühl für dieses wichtige Nachschlagewerk zu bekommen. Das Verfasserlexikon ist nicht nur ein idealer Startpunkt für jede Hausarbeit und jedes Referat. Es ist auch grundlegend für Vor- und Nachbereitung deiner Veranstaltungen. Mit einem Blick in dieses Lexikon kannst du dir immer eine gute Gesprächsbasis für Seminare und Sprechstunden verschaffen.